Gehen wir dahin? Captain, Wex in unserem Patrouillenbereich haben ihre Barrieren-Technologie mit einer neuen unbekannten Energiequelle undurchdringlich gemacht. Konstrukte in der Nähe sollten die Standortdaten zu dieser Technologie haben. Unzerbrechlich klingt nicht gut. Nehmen wir sie auseinander. Ah, okay, die droppen die wohl. Das macht Sinn, oder? Ja, da ist noch ne Kiste. Jep, schon gecheckt. Alles sind da oben, die anderen. Oh, ich hab eine Kinetikwaffe gekriegt. Ich hab ne Wex-Energie-Kerne. Da ist noch ne Kiste. Ich analysiere gerne die Proben, die du findest. Ich habe echt kein Leben. Holt mich hier raus. Ich bin direkt bei der Fall, jetzt nicht gegen die. Ja, Fress! Alles töten, was geht? Es gibt da auch ne Bonus. Äh, hier. Hier oben ist was Fettes mit Schild zum Töten. Okay. Was auch Immun ist. Hä? Der musste irgendwo ne Energiepette dann haben. Ja, warte, 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 warte. Aber ja, hab's ja gefunden. Wir haben die Spitze. Aber hier ist ein Minotaurus mit diesen schicken Schilden. Jetzt nicht mehr. Der Käpt'n findet immer einen Weg. Er ist immer noch Immun gegen alles an den Schmacken. Wo denn? Die ist schon immer neu. Fotze. Ich habe weitere Spixen in der Nähe erfasst. Wir sollten sie zur Analyse einsangeln. Vielleicht können wir rauswinken, wie sie produzieren. Was? Und dann jagen wir sie in die Luft. Cool. Yo, wollen die mich verarschen? Oh, hier oben liegt ne goldene Käste. Ich hab' ich gar nicht mehr reingeguckt eben. Und? Ah, ich hab' hier noch ne tolle Waffe gekriegt. Die klingt aber nicht weg. Oh, das ist ein Automatik-Gefährd. Gleich wie jetzt, damit mehr Damage. Würde ich mal so nehmen, ne? Oh, du schießt schon wieder was, oder? Naja. Ich hätte doch mehr schlafen sollen, ey. Boah, ey. Ich hab' den Dekker gekriegt schon, dass ich nicht zu lang können. Ich hab' den Dekker gekriegt. Ich hab' den Dekker gekriegt. Ey. Was geht's denn? Ja, aber wir gehen nicht geteilt, sondern die, die bleiben trotzdem noch genauso viel, als würdest du normal kriegen. Das ist schon recht cool, ne? Das sind so viele Ecken, die kannst du gar nicht alle abchecken, ey. Ja. Ja. Das ist ja das. Wir mussten dem Game durch. Kapitän, Energie-Ansammlungen direkt über dir. Was wollt mir? Euer Ding ist total scheiße. Guckt euch mal meins an, ihr Spasten. Guckt euch direkt wieder absteigen, sehr gut. Ich vergiss mich auch noch. Weck mich doch am Arsch. Jetzt Uli angehauen. Ja, leider. Ah, hier geht's absolut wieder. Das kann gut sein. Ich bin auf dem Baum. Wir müssen doch da irgendwo hin, oder? Nein, auf dem Baum. Und dann hier die Punkte einsammeln, oder was? Ja, genau. Ich bin auf dem Baum. Das sind ausgezeichnete Daten. Ich konnte weitere Quellen feststellen, die du einsammeln kannst. Die Leute verarschen, oder so? Hey, ihr könnt euch vom Fleck bewegen. Ich sitze hier fest. Hier ist noch was zum Untersuchen bei mir, Richard. Oh, irgendwas schießt. Ich hab mich nicht gedacht. Wo bist du? Hier drüben oben. Was? Wo? Ich bin hier unter Baum. Warte. Was ist das? Hier ist dein Ding genau. ich empfange ein paar interessante signal verbindet sich mit etwas und zwar gegenüber von der kurs orbit auf der hinterseite der sonne das ist denn da er meine tussi ist so blöd er hochzuspringen ich konnte die proben einer quelle zuordnen und habe die koordinaten auf deine tracker gesendet ich bezweifle dass die wegs ihre schicken schilde aufgeben wollen dann musst du sie eben den schwingen oh digga hier ist was fettes ja Das ist ein... Oh, da kommt noch mehr! Zehn öffnischer Event? Da kommt es mir aber gerade vor, ganz ehrlich gesagt. Doch, hier ist denn die Wand. Krieg ich aber nicht angezeigt. Krieg ich doch auch nicht mehr. Ach, das ist doch nur so ein Farmteil wie der. Die entdeckten Gästen. Was für eine Kiste? Also, ich bin sicher wieder Kisten hier. Ich glaube, dass wir hier was kriegen. Krieg wir uns nicht. Das ist ja so ein Unendlichkeits-Scheiß. Guck! Ich lauf weiter. Ich lauf weiter. Ich lauf weiter. Hä? Die müssen wir da auch hier runter? Ich glaube, ich habe das Gefühl von Kisten. Die sind die Gäste, die sind nicht nur ein Kisten. Gegner, Gegner, Gegner! Leider nicht zu wenig! Ich senke das Schild, wie soll man das machen denn? Hast du gut gesagt? Ich senke das Schild, steht da links. Ich glaube, indem er hier in die Energieteile reingeht. Das klingt alles immun, der Kerl! Was ist das denn für eine... Ich kann gegen den Kerl nichts machen. Das Schild kann ich jetzt erschießen, dass du ihn nicht mag. Es ging alles immun, was ich mache. Welche Waffe schießt du denn auf den? Jetzt auch mit der zweiten, jetzt wieder mit der ersten. Ich kann auch grad nichts machen. Ich will wieder mal eine Ulti nebenführen, ne? Und das ging mal eine Ulti, ist er immun! Schau mal, ob da noch irgendwo so eine Energieseite ist. Ja, ich hab wieder eine. Gut, dann haut die mal weg. Hast du? Ja. Ja... Er bringt trotzdem noch nichts. Ich kann jetzt... Jetzt kann ich... Jetzt kann ich nicht damagen. Er ist immun bei mir. jetzt ist er wieder immun muss ja wieder immun und Lichtsäule sein weil hier rechts ist er wenn du die holst kannst du ihn wahrscheinlich wieder anschießen gleich stuhl oben ja da kommen jetzt noch ein paar oder was machte ich doch noch mal zwei gefasst würdest du behaupten zwei ja wir haben noch zwei generator wo man was rein machen muss oder auf drei jetzt müssten wieder neue kommen ja alle wie viele ja von allen seiten kommen sie wieder bei mir schon wieder so ein dicker dude ja gut LOL ist keine abgebreitung meine Fendt-Planage ich werde fast nicht ich werde fast nicht Ja, bei mir ist wieder George Clooney unterwegs, Alter. George Clooney. Was ist er denn? Hier oben. Wird es runtergefallen? Okay, er ist auf jeden Fall wieder immunisch, braucht ein neues Ding. Ach ja. Ist das nervig oder ist das nervig? Ich bin übrigens gleich. Schade, ich finde keiner in der Gegdwelle mehr. Sauwitzig. Hast du da oben noch eine? Nein. Das habe ich aber nicht gefunden. Also da muss ich sagen, das ist kein Rischisch-Banane. Ich glaube, da war wieder eine. Hast du dir geschnappt? Wo ist denn? Das passt jetzt wieder hin. Hoch. Hoch, Alter. Ohne Scheiß jetzt mal ernsthaft. Ohne Scheiß doch. Das wächst, Kolleg. berichtet das gleiche hoffentlich besitzen sie nicht die ressourcen für eine zweite runde war ja noch irgendwie was jetzt zurück wir werden noch drei ich glaube ich jetzt mal zur failsafe alter dann gehen wir in die farm danach mache ich feierabend für heute also zumindest wieder bespielen und du nur noch failsafe und dann farm und back ja würde ich sagen ich weiß nicht oder willst du weiterspielen unbedingt also mir reicht es mit dreieinhalb stunden jetzt sage ich dir ganz ehrlich oder zweieinhalb musst du unbedingt weitermachen ja failsafe war dahinten uns war schon mal die story ja doch wieder durchstand weißt naja haben wir jetzt noch drei weitere tage zeit dann ist der freitag samstag sonntag also ist die ganze woche frei ach so ja gut ist nett sehr gegrüßt ja bono Oh, ich habe eine Waffe mit 222 Damage gekriegt. Ich habe eins mit 235 gekriegt, das ist auch wieder ein schwules Scout für W8. Ich auch, die waren mega Damage, Alter. So gefällt mir mein Champion. So, habe ich jetzt eigentlich noch so ein Ding gekriegt? Nein. So, ich reise weiter, oder brauchst du noch Zeit? Gehen wir mal auf Ziele. Ach, wir haben ein Ding freigeschaltet jetzt, ne? Was? Nächsten Planeten schon. Ja. I.O., ja, haben wir freigeschaltet. Download abgeschlossen. Überprüfe Kryptarcheidratenspeicher. Oh, dein Ding sieht auch geil aus. Was? Das ist genau so, was soll das schwule Netzteil über meinem komischen Flugzeug, was soll der Scheiß? Was? Siehst du das? Was für ein Netzteil? Ich habe so ein komisches Netz vorne. Du meinst, da über die Seite drüber gespannt, ne? Ah, jo. Wie sieht denn das aus? Besser wie meine komischen Triebwerke. Du musst mal gucken, wo man da noch ein Zell kriegt, oder so, ey. Früher konnte man die kaufen, ne? Ja. Kannst du heute eintauschen, gegen so komische Punkte, so komische Glanzpunkte. Echt? Wo? Bei welchem Zubi? Bei der Tussi, wo du jetzt gleich hingehst, da wo ich jetzt hinlaufe, glaub ich. Und ist ja ein Krypto-Tussi da, oder was? Äh, wenn es dies hier. Mhm. Die eine alte oder so, oder? Aber irgendwie sieht jedes Flugzeug, irgendwie hat jedes Flugzeug irgendwas komisches an. Das ist deine komischen Seitenteile. Und so weit nach unten rausstehen, verstehe ich auch nicht. Ja. Das wäre die Aerodynamik. Für was auch sonst. Damit scheiße aussieht. Wäre aber eine Option. So, wer hat uns schon wieder seinen Arm bei mir geändert. Steam-Liste. Und war nicht. Ja, tu nicht. Aber egal. Ist gelöscht. Das war Schoki. Das war Schokopille. Das war Schokopille. Das war Schokopille. Das war Spast. Die sind gleich alle zum Posthändlerinnen, Alter. Ja, der hat eine Waffe für mich. Für mich. Für mich. Für mich hat er nichts. So eine Scheiße. So, wo bist du jetzt hingelaufen? Zu der Ollen hier. Nach rechts, ok. Ja, ich seh's. Immer eine Freude, Hüter. Wie war der Kampf? Was ist das für eine Traktorkanone? Was soll denn das sein? Ja, was hab ich denn da gekriegt? Was Re... Was Re-Pulsor-Kraft-Kraft-Input-Schuh? Der ist ja fett. Das sieht schick aus. Der gefällt mir. Cool, das ist genau meine Farbe. Ansprechen. Was suchst du? Äh... Was geht denn das? Wo bist du? Hinter dir. Du bist auf dem Rücken, auf dem Traktor-Strahl, Alter. Einen Moment. Ich hab einen neuen Raketenwerfer gekriegt. Ne, Pulsgewehr. Das ist aber Schrott. Ich hab eine goldene Waffe gekriegt. Ich hab mito. Arbeitstier heißt das. Meine Haar ist Traktor-Kanone. Das ist eine Schrottflinte. Ich hab noch ne Moss. Ich brauch drei. So, hier bin ich. Oh, mein neuer Typ hier, Alter. Keine Hinweise auf die Rot-Legion. Alter, ist das denn so für eine Rüstung? Ich hab jetzt nicht verarscht. Warum? Ich lauf hier mit zur Lumbe rum. Was soll denn wer scheiß? Das ist geil, oder? Hör mal. Ich hab' die Rüstung. Aber ich schau' jetzt jetzt. Oh, da ist die goldene Rüstung. So, ich würde gern' den einlagern. Den einlagern und den einlagern. Den einlagern und den einlagern. Was lagerst du denn ein? Äh, meine Bots, die da rumfliegen können. Ich hab' die anderen Schiffen besser auch eingelagert, sag' ich dir. Hm, brauchst du nicht. Explosionen machen alles besser. Explosionen. Oh, ich kann 51 mal rüber erhöhen. Was? Ach was, du glaubst, steht zwölf. Ich hab' die Waffe mit. Waffen-Motze. Wow, was hab' ich jetzt? Das 7, 6, 5, glaub' ich. Ja okay. Kann direkt wieder weg. Ich hab ne Handfeierwaffe mit 224 Schaden gekriegt. Kettenwaffe mit 277 Damage. Oh, da kann der Auto ja weg. Aber hier sind die ganzen Schmelzziege Dinge. Ja? Aber so meine Freunde, das war's für uns heute erstmal mit hier mit Destiny 2. Ich hoffe wir schalten beim nächsten Mal wieder mit ein. Hier bin ich. Die Leistung im Einsatz war Okase oder Taube zum Abendessen. Du entscheidest, Spatzenhirn. Was ist für Schmelzziegel? Wo Schmelzziegel? Was, ne? Ja, muss man machen für den. Wie gesagt, das war's für heute erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und man sieht sich. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.